Hey ho, da sind wir wieder, und zwar diesmal habe ich den Typ leider schon vorher angequatscht, ich habe vergessen das Video zu starten, ähm, jedenfalls geben wir denen diesmal die richtige Antwort, diesmal habe ich das Buch vor mir, und werde jetzt die richtige Antwort wählen, was in dem Falle dann, das Viereck sein sollte. So, laschen wir ihn nochmal an. Gut, das kommt dann anscheinend später, so, wo wollen wir weiterlaufen, und zwar habe ich vorher noch, ähm, davor noch einen Mob geholt, ähm, wie man ganz unten rechts sehen kann, den Swarok, ich hatte euch oben gleich die Karte einblenden, wo ich es geholt habe, da ich das endlich extra 10 Video dafür machen wollte, wie ich den geholt habe. So, wir wollen ja eigentlich relativ schnell durch, deswegen, daran kommen wir, da kommen wir erst später ran, das Video folgt. Natürlich weiß ich wieder nicht, wenn ich mich alles ansprechen kann, habe ich gerade keinen Plan. Ich habe hier nicht nur ein Item, aber eben kein Item, okay, gut, wusste ich jetzt nicht. Gut, laufen wir einfach mal weiter. Das ist es, dass ich mich nicht mehr so aussprechen kann. Ich hoffe, das muss noch nicht sein, dass ich mich nicht mehr so ansprechen kann. Ja, ich hoffe, dass ich mich nicht mehr so versuche, dass das eine Akademie sich weiterführende Ideen zu bringen. Wir haben also nicht mehr so viel Spaß gemacht. also jetzt noch nicht und die sollten wir lieber noch nicht bekämpfen und die machen wir nicht extrem viel schaden und werden wir jetzt so noch nicht schaffen also wir haben so wie ihr hier sehen könnt benutze ich den skin nur für neos weil ich finde für klarer sieht sehr normales wenn ihr jetzt aber anders wollt dann müsst ihr mir das einfach mal den kommentar anschreiben dann könnt euch das gerne umländen so ich empfehle mich über den Weg des Suchlites, die meisten Monster lieben Licht genau jedenfalls müssen wir um nicht bekämpft zu werden von den behemoths immer schön durchs Licht laufen es kann sein dass ich jetzt hier ein bisschen rum fehlen werde ich weiß es noch nicht genau da ist er mir nicht und jetzt ist er so schnell wie möglich ans Licht gut den werden wir jetzt nicht schaffen glaube ich ich kann es mal probieren ja wir sehen schon wir machen ihn nicht wirklich wie schaden er macht uns wirklich wie schaden ja und schon ist der Heiler da an also der Kampf ist so gut wie vorüber das macht eigentlich momentan one hit und ja ich will jetzt aber auch nicht wiederbeleben weil das bringt die spieler weil er wird uns einfach tot hauen das macht wirklich nicht viel Sinn gut gut dann machen wir einfach Kampf neu beginnen somit starten wir äh nicht am letzten speicherpunkt und ja jetzt bin ich etwas vorsichtiger die Items hole ich dann später alles ich probiere mal ran zu kommen an einigen versuche ich mal ran zu kommen aber nicht an jedes wir müssen laufen immer noch etwas vorsichtig wir schauen immer auf das Licht und warten bis das hinterher laufen können also ich versuche jetzt wirklich nicht jedes item zu kriegen das werde ich später nachholen alles das folgt dann alles in den ganzen Parts also ich werde da für jedes dann mal extra Parts machen so wie ich es schon mit Neo gemacht habe da kamen wir auch noch mal ein extra Part wegen die Fragmente und so wird das dann auch hier sein hier werde ich ja auch im Endeffekt irgendwann mal die alle Fragmenten das probieren wir hier um schon mal hinzulaufen so und jetzt folgen wir einfach nochmal dem Licht anscheinend einfach so gesagt so wir werden es sehen nein der wird uns nicht folgen wir werden entkommen gut wir können wieder einkaufen aber ich glaube sie hat nichts besonderes gerade für uns na doch ein paar Waffen naja gut ich kann mal kaufen ähm ja die haben wir genug also kaufen wir uns sehr gerne soo jetzt hab ich noch mal gequatscht tut leid abfreschen soo machen wir den neuen Waffen erst mal rein wir sehen ja ganz cool aus und das passt ja ganz gut zum Kostüm soo ich werde jetzt probieren das da hinten zu bekommen und den dazu anzuquatschen ich weiß nicht ob der was wichtiges hat oder mehr gleich aber ich glaube hier hinten wird der aber auch nicht auftauchen ich weiß es gerade nicht aber ich glaube hier hinten kämpft er nicht ja wir haben wir nicht schon Art verpackt soo schauen wir mal wir müssen jetzt äh da da warte ne doch da da wir laufen einfach mal hoch aaa ja jetzt ist ein bisschen dunkel ja toll so langsam ja dann halt nochmal sterben ach ich probier's wenigstens ja schon ist er down oh der Akku ist fast leer ja ich probier's aber ich denke er hätte er hätte hochschalten ja wie man sieht 1600 und auch sowas also ich muss ja wirklich hart trainieren so kann man den aushält und auch Spieser dann ich versuche das ich bin alles das das So Es ist halt schade dass wir jetzt 2x interneinander gestorben sind Kann man nicht schließlich noch ändern Ich könnte zwar jetzt nicht mal neu laden und so Aber ich mein, soll es uns bringen Das ist höchstens für eine Trophäe wichtig Aber sonst eigentlich nicht Ich glaube jetzt kommt der Dea um auf nicht mehr Und die kriegt mehr eine Rolle Wie wir sehen hat der Swarok wirklich viel AP Er macht so ungeschaden mit einer Spezialattacke Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen ihn zu holen Wo er den kriegt das habe ich ja vorhin auf der Karte gezeigt Er ist allerdings etwas schwer Ja, man sollte auf jeden Fall Katschus nehmen Oder irgendwie ein Heiler Schauen wir mal kurz Ich weiß nicht wie gut das neue Monster wir bekommen haben Ein Heiler Der anscheinend besser ist als der Gut, dann nehmen wir den Haben wir einen neuen Heiler? Wunderbar So, ab jetzt soll er eigentlich keine Gefahr mehr hier umdrehen So, ab jetzt soll er eigentlich keine Gefahr mehr hier umdrehen Okay, also er kommt noch Aber er ist eigentlich nur kein Moodle Glaube ich Ne, nur noch kein Moodle Also das ist auch Depoter Oh Gott Depoter Depoter Okay, also das ist ein Moodle Das ist für mich Heiler Der ist mit dem Ich habe ja nicht viel gemacht Ich hätte lieber einen Moodle mit so einem Shock-Moodle Aber egal Ihr kennt mich ja ich bin etwas so zu besuchen Ich habe ja Eiser maßig gemacht Doch, aber egal Ich habe ja Eiser maßig gemacht Ich habe ja Eiser maßig gemacht Ich habe ihn mit ihm geholfen, aber ich habe ihn mit ihm geholfen. Zwischen und das heilen nicht vergessen Kommt der heilt den Typ ja nochmal schnell, ne? Ich hab dich selber interessiert Heilt dich Ich glaub das macht nochmal ungeschaden Ähm, macht es Natürlich können wir unsere Monster auch wiederbeleben Wir werden nochmal in Heilt rangepewt Das Heiler ist ein bisschen lahmarschig Hehehe Das ist ein bisschen höher Ich habe meine Heilt So Probleme hatte ich bei meinem Gameplay selber nicht Keine Ahnung, jetzt kriegt ihr gerade total frei So, als X soll eher geschockt sein, dann muss ich ja keine Ahnung sein Genau Voll wunderbar Ja, komm Und der andere natürlich Und keiner, Alter Geil Zeit Wenn Monsters wie D's are cornered, they cause a space-time vortex to appear Und ein elektromagnetischer Schocken zerstört sie sich aus Es ist schon lange, Sarah Oh, 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 oh Ist das du? Ich bin froh, dass du mich erinnerst Wer ist das? Oh, ich... Ich bin froh, dass du sicher bist Ich bin froh, dass du sicher bist Ich bin froh, dass du sicher bist Ich habe nie gedacht Ich bin froh, dass du sicher bist Ich bin froh, dass du sicher bist Ich bin froh, dass du mein Geist Ich habe ihn über die Frage, wie ich der einzige Erinnerst du dein Schreie auf dem Plan des Grand Pulse Ich habe ihn über die Frage, wie Snow Mo set out to try and save you and Vanille and Fang and I told him about Noll. Noll from the future. There's something I want to show you both. We can continue our conversation as we walk. I'll show the way. Shall we? Tell me Hope, what made you join the Academy? A sense of duty. The name, Fang, Lightning... They turned to crystal so that we might live. It was an enormous sacrifice. My sister and the others. I think they wanted to preserve life. They gave us a chance to live again. Come on, Opa. This is a highly restricted area. Oh yeah, sure. Let's go. Let's go. Or else I'm going through. What's your step in there? Thank you. Isn't the Academy a research institute? Why do we need so many soldiers? Without the fallacy around, we have to be able to protect ourselves. And that means guns. The time distortion spawn hostile creatures. Until we can resolve the paradox, we need military force to repel. These armed patrols are essential for our safety. What do the inhabitants do for food? It's hard to believe it's really been 10 years. So much time has passed. So, let's see what we have to say here. It's nice that this is apparently not in here. No, it's not in here. I don't know why. The advantage is only important things. So, Hope. Have you heard of me thinking from Snow? Nothing I'm sorry to say. Not a single word. Not since he left on his mission. No son of him for 10 whole years? Sounds like we're not the only ones traveling through time. You might be right. Considering Snow's uncanny ability to find trouble, he's almost certainly aware of these temporal aberrations. I heard a ruckus. What's going on? I'm glad to see you're doing well, Sarah. Hope, do you still think my sister is trapped inside that crystal pillar? I always had doubts. And it wasn't just me. Saz had them as well. Really? Saz too? Yes. He couldn't believe that Lightning would just up and leave Sarah like that. After all, she was the one who said we shouldn't face things alone. That we should stick together. I wonder how the others are doing. I wonder how Saz and Little Dodge are doing. We've been out of touch. Saz took Dodge to live on Grand Pulse. And he was flying airships the last I heard. Then suddenly they both disappeared. I... I searched everywhere, but never found them. Look at us. All gone our separate ways. Yes. And I can't tell you how much it means to have you here now. Saz and Snow may have set off on different paths, but I've started to think that, in the end, we're all headed towards the same goal. It's been 10 years already. Okay. So, the path has taken a bit longer. Cool, boy. This is some kind of ancient city, right? After the conversation. The city of Padra, or so we believe. It was the center of a great kingdom built by a nation known as the Farseers. The Farseers? You're telling me there used to be enough of them to build this entire town? Hmm. According to our research, we believe they constituted an entire nation. A polity that was ruled by a Sirrus. Can you see me now? Standing here in this place? So this nation… Padra? Their leader was a Sirrus, right? Yes. Let us head over here and take a look at the side of the town. The Sirrus would read the galaxies. Then we will go through the future. And guide the trees. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Juhu.